So, ich muss aufpassen, dass nicht zu viel Stirn drauf ist. Hallo und herzlich willkommen im Thai-Park Berlin. Es gibt keinen Grund, dass ich das mit Berlin gesagt habe. Es ist nicht so, dass es eine Kette ist. Es gibt keinen in Frankfurt oder so. Was ist denn hier los mit einem Mikrofon? Wobei ich mir ziemlich sicher bin, jeder Park in Thailand ist ein Thai-Park. Theoretisch. Ist auch egal, es geht darum, dass man hier jede Menge tolle Sachen essen kann. Thailändische Sachen. Man kann sie nicht kaufen, weil das wäre illegal. Wir üben hier nur für das tausendjährige Thai-Essen-Turnier. Okay, wisst ihr Bescheid. Bevor ich aber weiterrede, musste ich euch erstmal ganz cool die Crew vorstellen. Und dafür spielen wir ein bisschen Ocean's Eleven Heist-Music ab, okay? Das ist Joy. Hallo, ich bin Joy. So, dann super. Ich bin immer bei Joy am Stand, weil hier ist Joy. Also Joy, Freude, ihr wisst Bescheid. Ich habe hier die letzten paar Wochen malocht und ich zeige euch mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen vom Thai-Park. Viel Spaß. Für die von euch, die den Thai-Park nicht kennen, auf Google, YouTube, Instagram findet ihr zahlreiche Videos und auch Fotos von der kulinarischen Vielfalt, die ihr dort finden könnt. Aber ihr findet kein Behind the Scenes. Und wann bist du aufgewacht, um es zu kochen oder hast du gestern Abend gemacht? Vier Uhr. Meine Aufgabe ist es eigentlich, im Park selbst Wasser zu bringen und ganz tough security mäßig neben Joy und unserem kleinen Stand zu stehen. Joy schafft es aber immer wieder mit ihrer unbeschreiblichen Sympathie diese maskuline Spannung zu brechen. Hier. Was ist der Top? Guck mal. Ist sie nicht wundervoll? Ich war das erste Mal im Thai-Park vor gut 25 Jahren. Damals dachte ich, es sei nur ein Traum gewesen, denn ich habe den Thai-Park nie wieder gefunden. Vor gut zehn Jahren bin ich aber ganz zufällig hier in die Nähe gezogen und aß dann bei Joy mehrere Schüsselnudeln. Schnell habe ich ihr Herz erobert und wurde von dem Tag an nur noch als ihr Sohn vorgestellt. Ihr Sohn, wie sie sagt, der beruflich Schauspiel zum Spaß macht. So nennt man scheinbar Stand-Up-Comedy. Massus. Massus, was heißt Massus? Massus? Du? Ja, ja, was hast du zu ihm gesagt? Er hat gesagt, deine Freund. Deine Freund. Ja. Ja, ja. Ich habe gesagt, nein, nicht meine Freund, das ist mein Sohn. Ja. Ja. Er hat gesagt, wirklich? Ich sagte, wirklich. Das ist mein Sohn, der Musikstar. Ja. Ich habe gesagt, komm mal bei YouTuber oder was. Sag mal Massus, der nicht gesehen, okay? Und jetzt fragt ihr euch sicher, ganz zu Recht, aber was gibt es denn bei euch an diesem wunderlichen Stand? Ganz einfach. Ja, nur die Suppe. Und nicht nur irgendeine Nudelsuppe. Nein, die besteste Nudelsuppe, wo es gibt. Ein bisschen mehr Show, Joy. Ja. Ein bisschen mehr Show, ein bisschen mehr Chak-Chak-Chak. Ja, ja, Show, okay. So. Und jetzt ist es genau... Oh mein Gott. Vorhin kamen fünf, sechs Typen und haben gesehen, wie ich hier ausgeholfen habe. Und einer meinte so... Was läuft? Komm, die läuft nicht mehr. Ich habe gelacht, aber innerlich habe ich ein bisschen geweint, weil... Stimmt. Stimmt. Aber wie ist eigentlich die ganze Sache mit dem Taipak entstanden? Die Leute sagen, ich komme mit Kindern, ich komme hier, passieren, gehen und dann kommen alle zusammen essen, dann kochen zu Hause und dann kommen hier zusammen essen. Und dann, danach die Leute gesehen, was essen, dann kann verkaufen und dann sagt, nein, nur geht geschehen, nicht verkaufen, kann essen. So. Okay? Kein Verkaufen, nur üben. Ja, nur üben. Ja. Nur üben. Nicht verkaufen, nur üben. Ja. Wie gesagt, wir verkaufen nichts. Wir üben nur. Trotzdem kommt ab und zu mal die Polizei vorbei und prüft die ganze Sache. Die Bullen waren da. Voll die Razzia. Ich habe mich eine halbe Stunde im Busch versteckt und dann konnte ich fliehen, weil da hat jemand einen Ablenkungsmalierer gemacht und der hat irgendwie, keine Ahnung, die haben eine Messerstecherei vorgetäuscht und dann konnte... Hast du deinen Reisepass? Wir müssen abhauen, Alter. Da war so ein Typ, Polizei kommt ordentlich zu und ich mache plötzlich so boom, tschak, tschak. Weil die dachten, wir verkaufen die Suppe. Aber ich meinte, wir verkaufen die Suppe nicht. Wir üben nur für das Suppenfestival nächste Woche in Beijang. Und die haben nicht geglaubt. Und da habe ich so gemacht. Peng! Und bin weggerannt, Alter. Und da habe ich mich ein bisschen versteckt. Also jetzt müssen wir los. Es ist 10.47 Uhr und es ist immer noch mega heiß. Ehrlich gesagt dachte ich, wenn ich lang genug hier sitze, würde ich irgendwann Thailern. Stattdessen habe ich gebrochenes Deutsch gelernt mit einem starken Akzent. Lodensumpe. Okay, das geht ab. Von einigen der paranoiden Verschwörungstheorie-Pennern, die es im Thailpark auch gibt, habe ich erfahren, dem Start war der Thailpark schon immer ein geduldeter Dorn im Auge. Aus diversen Gründen. Einer war, dass die Grünanlage, welche seit knapp 30 Jahren genutzt worden ist, zu sehr abgenutzt wird und langsam abstirbt. Die aktuelle Lösung des Problems, so scheint es, die Wiese an einer vorher gar nicht genutzten Stelle abgraben und mit Kies zu schütten, damit dann dort die Stände aufgestellt werden. Und inmitten meiner Dreharbeiten war es dann auch so, dass wir umsiedeln mussten. Keiner war wirklich begeistert darüber. Wir wissen nicht, wie viele Steine uns noch in den Weg gestellt werden. Wink. Aber eins ist klar, wir machen weiter, denn der Thailpark gehört zu Berlin. Und weil ich nicht irgendjemand bin, sondern Massus, der Movistar, wurde auch mir die große Ehre zuteil, diese Suppe zubereiten zu dürfen. Und auch wenn ich selbst nun Veganer bin und diese Suppe seit einigen Jahren nicht mehr essen kann, macht es mir trotzdem Spaß, in der Küche für euch rumzaubern zu dürfen. Also kommt gerne vorbei, wenn es wieder heißt. Das Reflab ist ein Projekt der reformierten Kirche... Moment mal... werde ich von der Kirche gesponsert? Naja, das Coole an diesem Sponsoring ist, ich darf die Videos auch auf meiner Seite hochladen. Ihr findet es also auf deren Seite und auf meiner Seite. Hinterlasst ruhig ein paar Likes. Feierabend. Hallo. Es ist Feierabend. Du musst sagen Feierabend. Ja Feierabend. Du musst sagen Ciao. Hallo Feierabend. Und war gut heute? Habe ich gut gemacht? Ja. Ja. Du musst gut gemacht. Masud gut gemacht. Ich bin Masud. Ciao. Hoi Abend. Du bist fest. Mmischend. fogboもの zusammen. Ich bin dann sozusagen ici ein paar Cent Yo- onu wenn die Flam speciertot be judgmental. Bem, das sieht gut aus. Schissensboahmen. Zinnunghen ist mir gut so historisch.